Eingang zum Hotel-Restaurant, die Zwillinge, in Kaput, Nähefähre, auch ein schöner Außentisch. Da wurde gerade eingedeckt, der Mitarbeiter natürlich klein und fein. Gehen wir mal rein. Tolles kleines, reines Restaurant. Essen bei Freunden, mega geile Küche. Bitte reservieren im Winter. Tolles, feines, kleines Hotel. Kleines, feines Restaurant. Hier geht es wieder runter ins Frühstücksbereich des Hotels. Auch klein und fein, kleines Landhotel. Hier, schönes Wasser weg. Hier gehen wir Richtung Terrassegroße wieder. Hier nochmal der linke Bereich. Kann man natürlich auch alles umstellen. Hier nochmal der rechte Bereich. Blick aus dem Restaurants- und Frühstücksbereich. Es wird gerade eingedeckt, deswegen lassen wir die Damen und Herren mal in Ruhe. Blick in den großen Garten und sagen danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Tag. Bis später, bis zum nächsten Mal. Danke schön. Tschüss.